Das folgende Bild ist es nicht wert von uns angeklickt zu werden? Das sehe ich aber ganz anders, denn mit diesem Screenshot wird das Kampf-Update Minecraft 1.9 Wirklichkeit. Mehr dazu in dieser Breaking-News-Ausgabe hier im Tutorial Center. Vor wenigen Minuten twitterte Dinnerbone, einer der Minecraft-Entwickler, ein Bild. Klickt man den Link an, wird man jedoch erstmal enttäuscht. Was man jedoch sieht, wenn man das Rätsel löst, enttäuscht mich zumindest ganz und gar nicht. Diese weiße Fläche beinhaltet in Wirklichkeit zwei sehr, sehr lang gezogene Bilder, die einen Pixel breit, aber 204.906 Pixel lang sind. Wandelt man diese Verzerrung nun wieder zurück um in ein normales Bild, dann erhält man das hier. Ein Inventar voller neuer, cooler File-Arten. Zunächst lassen sich drei neue Slots im Inventar erkennen. Einer, der eine ähnliche Form wie die eines Brustpanzers hat und eventuell, das vermute ich, für ein Schild genutzt werden könnte, sowie zwei andere Slots, in denen man augenscheinlich einen Köcher sowie Pfeile platzieren kann. Platziert sind auch ein normaler Pfeil, ein goldener, ein brauner, ein grüner und ein grauer Pfeil. Auffällig ist, dass der goldene etwas dicker wirkt. Was es mit diesen neuen File-Arten auf sich hat, das kann man zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht sagen. Ich prognostiziere aber einfach mal, es wird das Kampfsystem, besonders in Bezug auf Fernkämpfe, deutlich spannender machen. Oder seht ihr das ganz anders? Denkt ihr, dass man von den vielen verschiedenen Pfeiltypen verwirrt sein könnte? Oder freut ihr euch eher auf die Neuerung? Ich freue mich mit euch zum Mutmaßen, obwohl die neuen Pfeile explodieren, ein Feuerschweif hinter sich herziehen oder uns mit noch ganz anderen Effekten überraschen werden. Dankeschön fürs Zuschauen bei dieser Bragging-News-Ausgabe. In der nächsten Zeit gibt es bald noch neue Minecraft-News, die letzte Folge kannst du dir jetzt hier ansehen. Und ansonsten freue ich mich über deinen Daumen nach oben, wenn du jetzt wieder up-to-date bist. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin. Danke fürs Zuschauen.